Hawaii Insider, willkommen mai auf Big Island. Es gibt auf Hawaii auch wunderbare Seen und mal schauen, ob wir einen finden. Ines, gehst du auch noch mit an den See? Achas, da schau deine Tagung bitte schon an. Ja klar, es ist super Wetter. Super, also dann lass uns noch mit dem schönen Wetter noch. Bis in den See erkunden. Wir gehen noch. Bis dahin. Aloha. Ist das jetzt der See oder der Grillplatz? Beides wahrscheinlich. Also Flo, ich geh jetzt erstmal zum Braten. Okay, dann geh ich schon mal grillen. Bis zum nächsten Mal.